Wie niedlich! Ein Video von Loredana Wollny und ihrem Sohn Aurelio sorgt für Wirbel. Ende letzten Jahres ist Loredana Wollny zum ersten Mal Mama geworden. Seitdem genießt sie jede Sekunde mit ihrem Aurelio in vollen Zügen und lässt die Fans gerne daran teilhaben. Süßes Video begeistert Loredana Wollnys Fans. Kürzlich veröffentlichte Loredana ein Video, in dem sie mit ihrem kleinen Schatz tanzt und ihm einen dicken Schmatzer auf die Stirn gibt. Im Hintergrund läuft Ed Sheerans Song perfekt. Klar, dass die süße Aufnahme für Begeisterung bei den Fans sorgt. Oh so sweet, schwärmt einer Userin. Eine andere findet, das Video ist so toll. Auch von der stolzen Oma Sylvia gab es ein Like. So unbeschwert konnte Loredana ihr Babyglück nicht immer genießen. Ihre Fruchtblase platzte viel zu früh. Die 19-Jährige erlitt einen Blasensprung. Kurz danach musste Aurelio per Not Kaiserschnitt geholt werden. Umso schöner, dass es Mutter und Sohn mittlerweile wieder gut geht. Loredana und ihre Schwestern haben in letzter Zeit ordentlich abgespeckt. Die krassen Verwandlungen seht ihr hier im Video.